Gerade noch bei der Pressekonferenz und jetzt bei mir im Studio mit seinem Partner Oliver Dreyer. Ich begrüße Bruckner Christian und eben den Oliver, wie bereits erwähnt, unter dem Motto Triathlon ist kein Einzelsport, sondern ein Teamsport. Das wollt ihr beiden dieses Jahr beweisen. Was steckt hinter dieser Aussage? Ja, der Oliver braucht man nicht recht viel dazu sagen. Ein exzellenter Triathlet. Wir werden das ja auch gemeinsam ein bisschen machen. Anfangen werden wir in Südafrika bei Maromen. Dann wird es über den Sommer ziehen und geplant wäre die WM in Hawaii. Das ist sozusagen das große Ziel. Deines ebenfalls. Du bist ja normalerweise eigentlich sehr gut beducht, was Weltmeisterschaften anbelangt. Warum jetzt eigentlich auch der Einstieg in einen ganz normalen Qualifikationslauf in Südafrika? Ja, ich mache jedes Jahr EM wie im Weltcup, dass ich meine Weltmeisterschaftenpunkte verteidige, dass ich immer dort am Start bleiben darf und dass ich dabei sein darf. Nur ist das halt jedes Jahr der Fall und heuer ist das Olympiajahr, wo einfach die Olympiade in Rio ist und da gibt es fünf Klassen, wo meine nicht dabei ist. So habe ich mir einfach ein neues Ziel gesetzt und ich freue mich schon, wenn ich mich grüßte und da ein Riesenvorbild von mir nach Südafrika fliegen darf und dass wir dort mal wieder mal was Langes machen, was anderes. Ironman ist einfach was, was man auch mal macht und da rennst du einfach kalt über den Rücken runter und du freust dich dann, wenn du wieder mal dort sowas Langes bewältigen darfst. Für mich ist das Ziel Hawaii eher nur ein bisschen weiter weg. Ich will alles geben und dann werden wir schauen, ob es das reicht für einen Slot oder nicht. Das wird sich dann auszustellen. Wir haben ja in der Vorbesprechung eben erwähnt, ihr läuft beide oder ihr tretet beide in derselben Altersklasse an. Da könnte ja der eine dem anderen einen Startplatz für die WM in Hawaii wegnehmen. Wie kann man das dann verkraften oder wie habt ihr euch das dann beide ausgemacht? Ja, das ist sicherlich ein Thema, aber ich glaube nicht, dass es auf den einen Slot jetzt darauf ankommt. Aber der Christian wird da unten sicherlich ganz vorne dabei sein, da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Ob es dann für mich reicht oder nicht, das ist wie gesagt eine Glückssache und wird es soweit sein. Dann werden wir auch nach Hawaii miteinander fahren. Ist es nicht soweit, dann muss ich ihm eine gute Reise wünschen, aber ich will alles dafür geben, dass ich mitfahre. Das ist Teamsport sozusagen. Schauen wir, dass wir gemeinsam am Podium stecken, dann haben wir alle zwei in Slot, oder? Das war natürlich das Perfekte. Wie sieht nun so eine gemeinsame Vorbereitung aus? Mountain Attack in Saalbach habt ihr beide teilgenommen. Das ist so ein Schritt dieser Vorbereitungen, aber was macht man sonst alles gemeinsam? Wie bereitet man sich gemeinsam vor? Ja, im Winter ist natürlich Skiturm gehen eine große Leidenschaft für uns beide. Der Oliver, jetzt Jahr 200.000 Höhenmeter in den Beinen, da kommt man ja nicht mehr nach. Wie ist das heuer möglich gewesen, so ohne Schnee? Naja, es geht, es ist möglich, aber es ist heuer ein bisschen härter, weil man muss halt dementsprechend früh aufstehen. Man muss halt hochkauern oder wo Kunstschneid vorhanden ist, mehr in der Nacht schon gehen. Das ist auch schon eine eigene Art von Training. Man muss wirklich auch über einen inneren Schweinehund drüber springen, man muss sagen, vier in der Früh aufstehen, oben auf die Pisten gehen, bis die Lifte aufsperren, dass es keine Probleme mit den Betreibern gibt. Möglich ist es, nur es ist ein bisschen schwieriger als normal. Jetzt habe ich dich natürlich unterbrochen. Also Vorbereitung, Skitouren gehen gemeinsam, was plant man sonst noch alles? Ja, und wenn dann die Radsaison halt losgeht, dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte, meistens in Weidhofen, und fährt noch eine kleine Runde über den Saugressel oder was, dass man halt auf eine 100 Kilometer Ausfahrt kommt. Und ja, die langen Ausfahrten, da hat man natürlich eh ein bisschen Zeit zum Quatschen und fährt wird es da sicher nie. Dein Ziel ist es also, über Südafrika die Qualifikation für Hawaii zu schaffen, aber das ist nur ein Ziel für dieses Jahr. Also ich habe mir angeschaut, was du alles vorhast. Das sind ja in diesem Jahr drei lange Distanzen geplant im Triathlon und zwei kurze. Wie ist das bewältigbar? Wie kommt man auf so eine irrsinnige Idee? Also jeder, der Sportler eigentlich ist, weiß, was das alles für Strabazen bedeutet. Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Man muss mehr ein bisschen verrückt sein, wenn man solche Ideen im Kopf hat. Aber nein, im Ernst, ich möchte heuer die Feuerwehr-Weltmeisterschaft in Rot, bei der Challenge Rot gewinnen. Da geht es ganz offiziell. Ich möchte nicht aufs Podium, sondern ich möchte Feuerwehr-Weltmeister werden, der erste Weltmeister Österreichs. Ja, und dann haben wir halt das gemeinsame Projekt Hawaii und Südafrika. Und von dem her braucht man natürlich zwei bis drei Monate Regeneration dazwischen, dass man drei Romance überhaupt bewältigen kann. Und daher ist es zu diesem Terminkalender gekommen. Vielleicht der Terminkalender ganz kurz für Sie. Also Hawaii, Entschuldigung, Südafrika findet am 10. April statt, dann Hawaii am 8. Oktober. Und die Challenge Rot ist wann? Mitte Juli. Genau dazwischen. Genau. Größte Triathlon der Welt mit 5000 Stadtern und mittlerweile mit der legendären Firefighter-Weltmeisterschaft. Und das wird sicher eine harte Partie, weil ich werde sicher eine Zeit unter neun Stunden, also so 8,45 Euro gebrauchen und habe mir da ziemlich große Hürde auferlegt. Was sagt der Oliver dazu? Schafft er das? Ja, das schafft er auf jeden Fall. Was der Christian sich einbildet, das macht er, das zieht er durch. Er ist ein knallhauter Sportler und ich nehme mir ein bisschen was für ein Wasser und setze das natürlich dann auch irgendwo um. Das wäre natürlich cool, wenn wir aus Walsee einen Weltmeister hätten. Das wäre natürlich ganz toll. Natürlich wird er dann auch wieder mit eingeladen. Also dazu halten wir natürlich alle die Daumen. Einen Punkt, den ich mit dem Oliver auch noch gern besprechen würde. Wir haben im Jahr 2015, Ende 2015 über ein mögliches Buch von dir gesprochen. Da war es fast schon fertig. Jetzt ist es soweit. Extremsport mit Links ist der Titel. Wo gibt es das zu erwerben möglicherweise? Der Titel ist Mein Leben mit Links. Dein Leben, Verzeihung. Aber es ist irgendwo Extremsport gleichzeitig. Ich habe da alles dokumentiert, was ich erst schon mal in meinem Leben vorher gemacht habe. Das ist die Familie vorhanden. Das ist alles Motivierende, was ich von meinem Unfall mit herausgenommen habe, dokumentiert. Jeder, der das nicht kennt, wird sich sicher eventuell für sich selbst irgendwas herauspicken können. Ich habe leider noch nicht hineingeblättert, aber ich werde das demnächst einmal tun, mir so ein Buch anschaffen. Denn ich glaube, es ist ganz interessant, was hinter so einem Top-Athleten wie dir steckt und wie du angetrieben wirst, unter Anführungszeichen. Kann man sich da vielleicht ein wenig Motivation mit herausholen? Auf alle Fälle. Ich habe durch die Trainingseinheiten natürlich eh nicht viel Zeit, aber ich habe das Buch auf einen Schlag ausgelesen. Also das war topmotivierend und der Oliver natürlich im Kopf ist auch meilenstark, mega stark. Ja, das ist für alle ein Vorbild natürlich. Gut, dann sage ich dem möglichen Weltmeister, dem Feuerwehrweltmeister und dem Buchautor mittlerweile, danke fürs Kommen und wünsche euch für eure Zukunft sehr, sehr viel Glück. Wir werden natürlich mit dabei sein. Danke. An Sie danke fürs Zusehen, denn das war es bereits wieder vom Sport auf M4 TV. Mein Name ist Günter Berger und Sie sind im Bild.